Papa Sokrates ist sicherlich ein gefragter Spieler und es waren auch diverse Anfragen für ihn da. Es war auch sein erklärtes Ziel. Es ist natürlich auch für mich ganz entscheidend gewesen, dass er den Verein gerne verlassen möchte, dass er den nächsten Step machen möchte, gerne international spielen möchte und deshalb haben wir auch dann Gespräche aufgenommen. Er wechselt jetzt und wir werden sicherlich uns bemühen, einen adäquaten Ersatz dafür zu finden. Daran arbeiten wir jetzt die nächsten Wochen.